Ja Leute, willkommen zu dieser ganz kleinen, hat man mich überhaupt? Ja, willkommen zu dieser ganz kleinen kurzen Informationsvideo, denn ich habe soeben auf sehr schnellere Weise beim Stream meine 200 Abonnenten geknackt, damit habe ich jetzt 204. Das kam erst ganz, das kam das nicht, denn ich habe, und das muss man erst mal sacken lassen und realisieren lassen, innerhalb des letzten Tages über 50 Abonnenten plus gemacht. Ich muss mir das alles morgen in Ruhe anschauen mit YouTube-Statistiken. Auf jeden Fall habe ich über 200 Abonnenten. Ein großes, großes Dank dafür, ich werde morgen ein fettes, fettes Infovideo dazu machen und hochladen. Ich werde mich für ein Abos-Pass überlegen, weil das kommt doch alles sehr krass, weil gestern hat es nämlich noch 175 gehabt. Es ist krank. Es ist einfach nur krank. Und ja, dementsprechend, lasst es auf mir sacken, das soll es nur als Informationsvideo sein. Ähm, es ist einfach nur kranke, kranke, kranke heiße. Ah, ich muss es realisieren. Also danke, danke, danke an alle für über 200 Abos. Ähm, ihr seht schon, ich bin heiser. Wirklich heiser, weil das gerade so krass ist. Ähm, alles weiter gibt es morgen in dem Video. Das soll es jetzt nur gewesen sein, mit dem ich da habe, seit nur als 200 Abonnenten. Ich bin es noch gesorgt, gehypt und sonst alles. Es ist direkt nach dem Stream. Alles, was da passiert ist, wirklich. Ich muss es sacken lassen. Habt immer viele Abonnenten plus in diesem einen Stream. Die ganze Zeit wird es eingeblendet. Ich habe mir morgen nochmal einen ganzen Stream ein. Lass es doch mal auf mir sacken. Realisiere es alles. Weil ich habe es gerade erst nicht realisiert. Es ist so krank. Ähm, danke, danke für 200 Abonnenten. Das war es mit dem Video. Alles weiter gibt es morgen. Oder beziehungsweise heute, weil ich das Video erst nach 0 Uhr hochlade. Macht es gut, bis morgen oder im nächsten Video. Und ciao.